so hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen video beziehungsweise heute ist das mein video ja und zwar ich habe heute geburtstag heute ist der 15.05.2020 ja ich bin 45 jahre alt geworden und so sieht es aus ich habe in februar videos gedreht und haben wir gesagt wenn wir 100.000 abonnenten ja bis zu meinem geburtstag bekommen werden wir 100 limitierte t-shirts verlosen die man nicht kaufen kann dadurch dass wir nur wirklich super leistung 50.000 ist auch eine hammerleistung ja ich habe die messlatte einfach so hoch gesetzt dass man das kaum erreichen kann weil man muss sie auch den popo so ein bisschen aufreißen haben wir versucht ja 50.000 lässt sich aussehen ja vielen lieben dank noch mal für alles für die unterstützung alles ich bin ganz stolz auf alle die kommentieren teilen liken oder was auch immer wir werden das ein bisschen anders machen und zwar wir werden nicht 100 t-shirts verlosen sondern 50 ja weil wir 50.000 abonnenten bekommen haben also 50 t-shirts verlosen wir unter den kommentaren schreibt irgendwas ein kommentar egal was ihr schreibt ja dass ihr müsst nicht drei oder vier kommentare schreiben weil das bringt nichts deswegen egal was was ihr schreibt kommentiert hier was unter den leuten die kommentieren werden wir 50 t-shirts verlosen ja und zwar solche t-shirts ich als an habe das ist nur ein muster stück ja deshalb dass das sieht ähnlich aus also sie schwarz farblich ist gleich das logo minimal kleiner da steht mein geburtsdatum firmengründung vom prior design und komplett wird ja erstes das ja und zweitens ja auch verbrücken aber das t-shirt haben wir mit dem textildrucker gedruckt deswegen ist die qualität nicht schlecht gar keine frage nur siebdruck ist natürlich etwas etwas hochwertiger ja der erste abonnent hier ich liebe diesen hund also die t-shirts sind echt schön geworden warum wir die jetzt nicht bestellt haben schon für den 15 hatten hinter gedanken und zwar welche größe sollen wir bestellen wir wollen ja 100 t-shirts nur rausbringen 50 t-shirts gibt es bei uns im shop zum kaufen unter www.p-fashion.de da kann man 50 kaufen also wirklich sind limitiert und es gibt die nicht mehr also wenn die weg sind sind die weg und die 50 verlosen wir hier was wollte ich auch sagen sollte was sagen dahinter und warum wir das gemacht haben und zwar wir haben bei der firma diesen siebdruck macht gesagt okay wir machen zuerst die verlosung also diese design und alles steht fest wir machen die verlosung und danach also wenn wir zum beispiel weiß nicht denn müller rausziehen auf den kommentar dann werden wir das hier veröffentlichen ein extra video und da muss quasi der müller und anschreiben und sagen ich brauche t-shirts oder t-shirt in m oder l oder xl etc ja weil wenn wir die t-shirt in l machen dann passt den anderen nicht desto klein desto größer sonst ist deswegen geben wir euch wirklich die möglichkeit auch genau das t-shirt zu bekommen dass euch auch passt nicht irgendeins dauert ungefähr eine woche oder oder zehn tage ja vielleicht ein bisschen länger wir den ganzen details die wir jetzt noch mit reingebracht haben hier was gemacht und hier also wirklich sehr detailliert also spätestens denke ich mal zwei wochen nach der veröffentlichung sollte es fertig sein und ja ich wollte mich noch mal bedanken für die 50.000 ich hoffe wir machen weiter so und ja ich habe kommentare bekommen persönlich auch dass sie sehr sympathisch mit vielen lieben dank wie funktioniert das also kommentiert irgendwas egal was ihr kommentiert ja alle kommentare die bis zum sonntag den 17 bis zum 17 24 uhr ja wenn ausgewertet unter den kommentaren wenn wir die namen raussuchen ja und 50 leute bekommen quasi eine antwort auf diesen kommentar erzielt was gewonnen und weiter was ihr machen müsst ja dann wenn ihr quasi bei youtube eine info bekommt ja ihr bekommt die info quasi prior sein hat dann kommentar kommentiert reagiert ihr macht davon ein screenshot dass ihr quasi angebildet seit unter diesen namen was wir auch verlost haben und dann schickt er uns das per e mail zu ja da können wir verhindern dass datenschutzrecht dreidächtlich nicht so kompliziert ist und missbrauch dass irgendeiner schreibt ich heiße zum beispiel herr müller ich habe gewonnen ja das kann man von jeder beliebige adresse machen deswegen wenn ihr quasi eine antwort von uns bekommt ja auch dieses kommentar hätte glücklich das gewonnen bitte meldet euch bei uns und dann ja und dann wird alles andere geklärt genau aber das screenshot am besten direkt die adresse dabei und die wunschgröße genau das ist auch so dings hier die tische sind unisex also wirklich frau mann gleich nur die größe ja okay alles lieber vielen dank und ja ich wünsche euch einen richtig schönen tag danke so wir sind startklar zum dresden nein wir sind startklar zum dresden nein wir sind startklar zum dresden nein ich war nicht falsch ich war eine extra runde so drei zwei eins und bitte läuft schon ha ja Ja, keine Kopfschmerzen. Ist das Serie? Oder ist das kaputt? Nichts dran gemacht, nein. Ich glaube bei Fahrerseite genauso. Du hast ja was im Gesicht. Brunnen. Heute fahren wir den neuen Audi A8 in unserem Firmenwagen. Von Zucker wird man... Wild Body. Von Zucker wird auch Wild Body. Was hast du? Akku hält. Was? Akku aus. Ein bisschen von der Schweißlebe und so weiter. Exo aus Porn. Ok. Ich glaube im Beruf, wenn ihr was braucht. Ruf mich an. Oh die Kamera, ich hab die noch an. Was machst du da im Auto, mein Schatz? Was machst du da im Auto, mein Schatz? Ich will mit. Guck mal, Baby. Was machst du da im Auto, mein Schatz? Was machst du da im Auto? 2,3? Ja, 1,2,3. Ja, 1,2,3. Ok. Wow, cool was. Alter. Wuh. Hahaha. Was wars. Guck mal, Jaffa. Mal machen. Naa.. Hana, ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017